Siri, roll den Würfel. Mann, was kann die Alte denn, ey? Okay, ruhig bleiben. Siri, roll den Würfel. Ach, dein Problem, die Alte ist das ja. Ich muss mein Chief finden. Ja, Bruder, Wusa, komm. Wusa. Was geht ab, Bratan? Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder was Geiles vorbereitet, und zwar hier unten, seht ihr, ich weiß, es nervt euch, aber Twitch, Geniebo, Twitch, AllinFIFA. Und natürlich nicht vergessen, unseren Sponsor, wenn ihr pecksüchtig seid, so wie Claudio und ich, ja, dann benutzt gerne, gerne, gerne einmal GenieCapa und AllinCapa. Und um 3% zu sparen, damit supportet ihr uns, ihr wisst, Schock, Güzel, Kuss geht raus, ganz wichtig, da draußen Glocke aktivieren, personalisieren, weil 8% von uns haben personalisiert. Das ist nicht gut. Ihr seht das an den Klicks, weil Genie arbeitslos. So, wir machen heute was ganz Besonderes, wie jedes Mal, ein Gun Dice Battle, um diesen Typen feiere ich unheimlich. Amso Fati, ja, dieser Typ ist absolut sexuell attraktiv wie mein Aufnahmepartner. Korrekt, Digga. Das ist derjenige, ich suche seit dem Anfang von FIFA, suche ich einen linken Flügel, ja, der mir gut gefällt. Und ich habe sie alle durch, und es gab keinen guten, und mit dem bin ich endlich zufrieden. Deswegen, das ist einfach Messi, nur auf der anderen Seite. Und, ja, anders. Der ist Zucker, der hat bei mir auch so viele, hä, was hat denn Rocco dann gemacht? Also, auf jeden Fall hat er bei mir sehr, sehr, sehr viele Spiele und sehr, sehr viele Tore. Ich feiere den unheimlich. Wir spielen ihn im Full-Chemie-Modus, das bedeutet, er bleibt als Stürmer stehen. Ihr wisst, wie Gun Dice funktioniert, aber bevor wir natürlich anfangen zu raffeln und das Team zu tauschen, unten der erste Link ist All in FIFA, da haben wir natürlich auch was Geiles aufgenommen. Auch wieder was Außergewöhnliches. Und ich würde mal sagen, wir raffeln die ganze Geschichte durch. Ja, natürlich. Ja, und denkt bitte dran, der Star-Spieler am Sofati, wo er auch bei dir spielt, da bleibt stehen. Natürlich. Meine Freunde umgestellt ist einmal bei mir hier und einmal bei Claudio da oder da. Irgendwie sowas. Und zwar, wir fangen jetzt mal an. Möchtest du zuerst bei mir schieben oder möchtest du zuerst bei mir würfeln? Und ich schiebe bei dir. Was möchtest du zuerst? Ich sage am besten gar nichts, weil ich das dann wieder falsch mache. Deswegen sage ich jetzt einfach Siri irgendeine Würfel und du sagst mir, wer jetzt dran ist. Pass auf, wir machen das so, da du der Gast bist, darfst du würfeln und bei mir schieben. Okay, also ich muss ja eh für uns beide würfeln, ne? Ist richtig, genau. Aber du machst den ersten Schritt, dass du bei mir anfängst. Okay, also die Zahl, die ich jetzt kriege, die darf ich bei dir schieben, korrekt? Richtig. Und ich habe die 4-4-2, nur für dich als Information. Ich wollte auch nur testen, ob du auch aufgepasst hast. Ja, natürlich. Siri, meine kleine Sonne, roll den Würfel. Ohpala, der Würfel ist unter den Tisch gerollt. Alter. Lass mich verarschen, Digga. Siri, roll den Würfel. Ja, das ist gut. Lass uns bei mir jetzt 5 mal changen. Alle außer den linken Stürmer. Innenverteidiger durftest du ja 2 Stück haben. Ist richtig. Das heißt, wir tauschen den linken Innenverteidiger mit dem RM. Mit dem RM, jawohl. Das ist 1. Dann tauschst du den LV mit dem LZM. LZM, ja. 2. Dann den rechten Stürmer. Ja. Dachst du es, ich nehme den Torwart, ne? Mach ich auch nicht. Den rechten Innenverteidiger. Den rechten Innenverteidiger. Ja, 3. 2 noch. Dann den rechten ZM mit dem LM. Den rechten ZM mit dem LM, ja. Und das habe ich vergessen, was ich schon hatte. Hatte ich den LV schon? Ja, aber du kannst wie gesagt auch doppelt nehmen. Außer jetzt die letzte Position. Ja, das kommt die normalen Tor. Wen? Den LV. LV und Tor. Okay. Puh. Ja, schmackhaft, Bruder. So, dann werden wir gleich sehen. Erstmal mache ich das bei dir, mein Freund. Er cheatert sowieso. Okay, ich rufe. Ja, genau. Okay. Siri, rollst du den Würfel? Nein, 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 warte, warte, warte. Es könnte für dich, richtig. Stimmt. 2 wäre scheiße. 2 ist worst case. Also jetzt nochmal 1 wäre geil. Nee. Doch. Siri, roll den Würfel. Ach, leg mich. Die 1. Ja, 2 Stück. Brudi, was hast du für eine Formation? Gar keine. Gar keine? Okay, dann nehme ich gar keine und tausche mit jemandem. Oh Mann, dieses... Ja, komm, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Okay, wo spielt bei dir Fati? Links, ja? Ja. Okay, dann nehme ich deinen Stürmer und tausche den gegen den RV und tausche deinen linken Innenverteidiger mit deinem rechten Stürmer. Cool. Ja, ist jetzt sehr gut, ne? Ja? Mhm. Wie viele Game Changers? Ja, 0. Ja, wunderbar. Was dachtest du, dann denkst du, ich sag jetzt 8 oder was? Ja, aber manchmal ist mir diesen 2-Changer auch gefährlich, aber du hast tatsächlich den letzten, den letzten, den LV ins Tor, das war Alisson Totz, ist jetzt bei mir im Tor. Ach, deswegen hast du gesagt, ja, mach mal ruhig LV und so, ja, ja. Das heißt, ich habe jetzt einen Game Changer und ich möchte gerne, wen möchte ich in dem Sturm haben? Natürlich den hier. So. So, ich habe jetzt so getauscht, mal gucken, ob das so seine Wirkung hat. Ich würde sagen, ich lade dich ein und dann attacke. Ich bin am Arsch. So, mein Freund, ich wünsche dir natürlich viel Glück und, äh, dass du verlierst. Ich wünsche dir auch das Schlechteste, Alter. Ich dachte gerade, ich bin jetzt sehr unsympathischer, weil ich dir kein Glück wünsche. Und Bus geht's! Ja, aber doch nicht mit James, der ist doch auf deinem Menu, der ist doch auf deinem Menu, Digga, wieder her. Kriegst du da Flashbacks? Muss leerer! Oh nein, ich hätte es ja so gefühlt. Ja, holst du bei, holst du bei, holst du bei. Fati! Oh nein! Und? Maschine habe ich gehört, oder? Prime Moment. Nein! Und? Nochmal. Bam! Oh! Oh! Jawohl, der hat, äh, richtig Leistung gezeigt und Bock. Maschine. Maschine. Ja, Digga, wohin? Bus geht's, aber Flügel ist nicht dein Spiel. Also muss man echt sagen. Aber warum lässt er mich so durch? Wusste ich nicht. Wann ist? Diese Lumba, oder wie der auch heißt, der ist echt gut. Mit dem Bellabfang. Ja. Ach, Digga, endlich. Och, nee, ey. Pardon. Oh nein, ich muss leeren, nein, nein. Ja, Fati, ja, Fati. Bum. Puh, GG, krankes Tor. Handt du halt, ne? Ich muss überlegen, was die Skaden muss, ey. Ah, GG, Bruder. Geh to the Geh, mein Junge. Ach, Mann, du. Ganz wilde Angelegenheit. Ich glaube, du hast auch verdient. Ja, ja, ich glaube, du hast auch verdient gewonnen. Safe, 20. Ja, komm, da brauchen wir auch nichts sagen. Nein, ich habe zwei, ist richtig? Ist richtig. So, halt auch, ich mag immer Muster, ne? Also, Sachen, die so zusammengehören. Ying Yang, wie ist das? LM, RM. Weil du dachtest, dass ich denke, dass du nämlich Ansofati wieder auf seine Ursprungsposition stellst, nämlich auf LM. In der Schwegengestelle. Also einmal LM, ja? Ja. Und was noch? Not as pendant, RM. RM. R.M. Oh, Digga. Also ich meine, der hier, der tut mir ja gar nicht weh. Das ist Sydney. Das ist die Friede, oder was? Ja, Sydney, der 83er in Form von der La Liga. Ach so, der Brasilian. Ja, ja, der Brasilian, der rechts daneben. So, Maximo, SBC, OTW, ich weiß nicht, 150, 200.000 hat er damals gekostet. Ja, der tut weh. Hättest du mal den für Bürste genommen? Ja, ja, das wäre dann, ach Gott, ich hab die jetzt so beskadet, weil die waren eh, äh, Dings, äh, die sind untrade. Wenn ich die hole, dann seht ihr das ja sowieso bei mir. Ähm, krass wäre noch gewesen, wäre linker ZM, wo du gesagt hast, Double, dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. Linker ZM war Hazard, äh, im Sturm war Trese G und Lala, und Amso Fati war zusammen mit Thiago Silva in der Verteidigung. Äh, hätte ich ein besseres Paar treffen können, sagen wir mal so. Ja, ja, definitiv, safe, Bruder, safe. Nee, nee, naja, okay. Meine Freunde. Also man kann nur sagen, ein bisschen blauem Auge davongekommen. So, Maximo tut weh, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal reinschreiben, was er damals gekostet hat. Ich war da mein, um 150.000 oder 200.000. Und wenn ihr da besser wisst, Bescheid, dann könnt ihr auf jeden Fall reinschreiben. Das war's mit dem Video. Auf jeden Fall, ähm, die Links abchecken unten von All in FIFA. Dann, äh, ist da Twitch natürlich. Und natürlich VGO nicht vergessen. Das war's von uns, äh, also von mir, Entschuldigung. Und ich bin raus, äh, Claudio. Ich schlau's kurz zusammen. Anso Fati, Liebe, Siri, Hass, auf Wiedersehen. Und ich bin raus, äh, also von mir,